Willkommen zu einer neuen Folge DELTA RUNE. Wir sind im Castle vom König hier eingesperrt, nachdem sich uns kurzzeitig in der letzten Folge Lanza und Susi angeschlossen haben, aber Lanza ist dann auf einmal weggerannt und wegen ihm sind wir jetzt hier eingesperrt und müssen aus diesem Knast raus. Ja, ich nehm sie. Was? Ich dachte eigentlich, ich soll die jetzt irgendwie als Dietrich benutzen. Hä, ich kann nichts. Ich dachte, ich kann hier jetzt auch rein. Ich wollte eigentlich zu dir wechseln. Ähm, die Risse hier in der Wand. Mehr Wand. Mehr Wand. Yay, my HPR sind most out. Hä? Äh? Hä? Ja. Hä? Ich bin grad überfragt. Ich hab auch keine Altsum dabei, oder? Gaster-Geräusche... Was kann ich machen? Ach so, das muss. 2 Minuten in January have already started with emails. You even put on the prison shackles on. You look like a prisoner for life. So you couldn't find anything. Chris, let's not give up hope just yet. But if we don't make it for some reason, then I just wanted to say I'm glad I was able to... Hey idiots, can you shut up? I'm trying to concentrate. Susie, why? I don't know, prison. Ach so. Seriously, Lifa, I'm out of my cell. I sweetheart the one for giving me the keys. Susie really, ow. I invited him to visit the trash can. Anyway, now there's a puzzle in the way. Okay, solve it Susie. I don't do puzzles. Hey, how about we just sit down and wait for Lanza. He lives in the castle. He's bound to come safe. I don't prison. I just have to stop the puzzles. Look, I don't need your help. But if you said what to do out loud, you know. Oh, I wouldn't stop you. Okay, I have to know what Spade is. Add Spade. Add Diamond. Swap. Add Spade. Yes, we did. Great knacken. Alright, alright. I am good. Thank you for helping her, Chris. She appreciate's. Chris, are you worried about Susie? Oh, wie ich schon schiefgehe. Irgendwie ein Zusammenschlag. Alright, out of the cell. Where's to next? Rechts ist noch ein bisschen. Say something back there, I can't hear them anymore. I'll just go this way. Well, that's a dead end. And that's Lancer's voice. Damn, not another of these. Maybe I should go back and ask Chris. And make sure they... And make sure Lancer. I'll just do it myself. Wow, so schwer. Yeah. Understand they have to stay in their cells. Lenders can't be allowed to escape. Especially the purple one. Lancer. Hey Susie, what are you doing here? Lancer actually isn't what I asked. Looked up. I know. I... I was down to tell my troops to put you down here. To keep you down here. Forever. Lancer you... You want to get rid of us? That's alright. I can't explain Susie. That's fine. It's fine actually. You don't have to say anything. I get it. I get you now. Why would anyone really wanna be my friend anyway? Let's not... Shut up. Ah. Get out of my way. Do you hear me? Get out of my way. No. Did you not hear me? When I try to warn you. Come to the camp but I'm certain I expect you to feel guilty. When they have to clean you off the floor. I wanna see what happens to the trailer. Pfff! They get crushed! Ich muss nur ausreichen! Ich kann nichts zu tun, die Lüste zu machen als Ender! He don't! Der Stammt schaube ich nicht! Nö! I kill you! I kill you! Ich muss doch nicht zerstören! Das erscheint schon so mittel mit Links und versuch' halt nicht mal zu treffen, denn es ist zu teufel! Der versuch' nicht zu mir nen Sektor ist sehr lecker! Und du, 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 du! Und du, 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 du! Man trifft mich! Hey, you think I care? I just wanna lie down and die and just make me believe you are wrong. Wir versuchen mich treffen zu lassen. Alright, that's enough if you wanna die so much. Myth. Susie, you missed. I don't wanna kill you, man. Just move, please. But Susie, if I let you guys go then you and my dad will fight and you'll kill each other. At least if you stay here neither of you will get hurt. Then I... I won't kill him, promise. You and Tim will just talk it out peacefully style, you know. I don't think my dad would like them. I'll answer come on your team, right? Nothing can stop us fighting or not, alright? Yeah, yeah, you're right. We might as well try. I can't have to. I'll go talk with my dad, right? And now we are getting somewhere. I'll head over right now. Susie? Yeah. Uh, with their friends? Uh, no. I mean, of course, if you wanna be. Here's here. How am I gonna get past his dead life? Come on, I figured something out. So that's why I came here. So that's why I came here. Hey. Susie, you came to save us. I knew you had a harder for you as Susie. Yeah, yeah. Don't push your luck. Jetzt ist Susie vorne, oder? Nee. Jetzt wieder ich. Hier links war doch dieses komische Ding mit den Glotz-Augen. Yeah, even I got arrested. And I'm just a pair of eyes. Okay, das ist der typische Humor für dieses Spiel. Damit will ich nur ein paar Augen. Cards Castle. Das Gefängnis. Okay. Komm. Up geht's. Alright, this lift should take us out of here. No, it might take a while, so. Get comfy are we one. Ah, Susie ganz gechillt. Alright, so. You know Lanzestad, the king? Yes. When we meet him, you think we'll have to hurt him? Susie? I mean, I could easily smash him, but. You guys, I know that's not really your thing. You're more about, uh, grooving like total losers. And I was thinking maybe I could do that. Susie, you mean you want to try acting? Uh, well. Susie, we would be happy if you acted with us. And don't worry, we'll be there to empty. You won't have to figure it out by yourself. Sure, right. Hey, Rats. Susie? Right. You're still gonna make those, uh, cakes. You know when you'll stop making fun of me? Well, I have to, I guess. Can I bake you as many as you like, alright? Yeah, I like you can make that many, dude. Hm. Darf ich jetzt aufstehen? Alright, this is unstopped. Hey, Chris, wait a sec. You know, I'm starting to realize, it will be easier for us to get out of here. We all, uh, get along a little more. The next time we find an enemy, you tell me what to do, I'll listen to you. But you know, don't tell me anything stupid. Back to smashing heads, alright. Okay, das hab ich kapiert. Chris, I'm counting on you, okay? Jetzt ist sie wirklich dabei. Erstes Geschoss. Erstes Geschoss. Das heißt, den kann ich noch nicht nehmen. Hier sind sie, na? Wirklich? Ich gebe dir. Rufa-suck. Ach so. Sooo... Ries nach Kristall... Dann mach ich hier... Und zack... Die Verteidigstmacht... ...euch... Auch... Geh mich so ab... Ein Compliment... Und... ...heb so... So... ...we're just serious... ...what you can send on... ...someone trying to kill up... ...und as to... ...if you're stuck... ...why not try saying something you wish... Oh, hier ist der Ausgang. Wirklich, der 3-Spawn. Rudin's Room. Ja, das ist ne Tier. Ein Familienfoto. Beast, what beast? Oh, hier. Ich hab jetzt nen Schoko-Diamant bekommen. Sie haben ihre Betten verkauft, um sie mit Schätzen zu ersetzen. Oh. Da kann ich noch nicht lang. Oh. Solarwarms have decided to crawl out and play. Who's there? Gohoho. Fastfoods. Jesus, oder? I'm Roxas Kat. Dear Grace, von dem hat man doch schon was gehört. Und der Typ sieht aus wie Gäster mit ner Perücke. Womit hat Clarks. Postall. Thousand hours coming. But there is your friend. I are very close. Now to part two circles. John is progressless now. Toy Wars. Ich glaub, das soll der Finder sein. Goddammit. Was ist das für ein Vollidiot? Mein Herz, anders kann ich das nicht sagen. Okay, Sandwich. Hier kann ich denk ich mal noch nicht hoch. Äh, das königliche Badezimmer. Ich glaub ich kann jetzt auch hoch durch das tolle Rätsel. Ja. Oh. Oh, das sind die Kinder. X Flirt. Ich glaub mal ob das es dann geht. Und. Hallo. Oh, ich will nicht verkehlt dir deine Hauer. Watch out, that's not the problem. Eigentlich. Alright, look. Why's that show? Watch this. Um. So, uh. Coming up. Hm. 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 What the fuck? Hm. 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 Die Attacke war ein bisschen cray. Auf jeden Fall X Flirt. Ein Item. Und zwar Dark Candy auf Pult. Ja. 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 Okay. Oh nu He lol Oh, that's what I'm talking about Yeah, haha, what guys do you think? That was it, all I had I think it's best for free! Gasta, you... Gasta, you didn't use the cherry, or am I? I thought I was just feeling wrong I think it's better to keep my react, have I heard my ultimate part of it, have I used it? Oh, haha, that wasn't really my ultimate part of it Waste better one, right? Can we see it? No What are those characters in this game? What the f- Hi! Oh, let us take a car, let us go to the toilet Oh, okay, don't even have it Oh, fuck it What are they doing here, all? A tree for parties A party tree And what is this here? A 50 building There is a shop here A bike in a bed A bike in a bed Hahahaha 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 Ropes 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 Ob Suzy would it? Sehr gut Sein Jetzt hab ich keinen Platz mehr Alter, der Typ hatte diesen Laden Ich hab gerade nie Not Art Ich denk mal, du kannst die Akten nicht nutzen, oder? Ja. Ach, damit komm ich wieder runter. Ich glaub, ich bin fast da. Ja, nach Worms. Ah, jetzt kommst du wieder, du. Kommt jetzt, was kommst du? Oh, man, I've cheated. Was ist das? Kommt, 2 Schatten scattered about. Pumpknades. Prepared for battle. Den hatten wir schon mal. Was ist das? Ja, aber das Tron sieht ganz anders. Es sieht sehr schön. So, mit meinem Kontrollclown, ich habe Kontrollendies geschaffen wie ein Ton. Das Tron sieht wie ein Ton. Es sieht sehr schön. Jetzt bekommt Kontrollclown ich hinzu, und ich werde das Tron mit der Latt. Wenn ich sie so, wie viel mehr Kontrollen in... Ähm, ja. Da sinds keine Zundungskraben. Wir haben diese Zundung. Ich kann nicht nur dafür, wenn ich sie soarren. Ich kann nicht mehr wissen, dass ihr das Tron beffert. Also werden sie sich nicht mehr fühlen. Okay. Oh, der ist eine Zundung. Ja, da ist ein Zundung. Ich kann nicht mehr. Ja, das sind einfach nicht mehr. Was ist das, wenn ich mir von der Zundung verlebt? Das ist halt echt genau der selbe Gegner! Das ist fast genau derselbe Kampf wie letztes Mal! Nur muss ich diesmal Red Save erachten! Ich hab's gewonnen! Ich hab's gewonnen! while you are so great heroes, you don't... You see what was nearly a frenght test of dying ability but you hadn't tested one... ...and now nothing works too bad. I personally could not be less of an obstruction. Look be with you heroes! Kann jemand diesen Typen wegmachen? Ah, hier ist noch ein Zelt. Der Thron, oh Gott. Im nächsten Part wird es das Finale geben. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, bleibt dran. Bis dann und ciao. Ich bin immer noch von diesem komischen Gasterfake getriggert.